Dann würde ich sagen, teste ich mal die Pizza, also von Aussehen her, seid ehrlich, Digga, so sieht sehr knusprig aus, knusprig schmeckt gut, Käse überlaufen, 10 von 10, sieht sehr geil aus, Bro, also Aussehen, 10 von 10, mit Fettzwiebeln, Fettbelag, Digga, und jetzt probieren wir. Natürlich darf das richtige YouTube-Video nicht fehlen, nein, das ist meine Wenigkeit, ich meine Unge. Boah, guckt euch das mal an, Digga, ich hab das so herausgezogen. Oh, diese Käse, Digga, Käse. Mh, lange nicht mehr so eine geile, gute Pizza gegessen, Digga. Mh, ein bisschen Tomatensöße am Finger, Digga, Mh, Mais, Mh, Digga, 10 von 10, Digga, ich küsse ihr Herz. Die hat 10 Euro gekostet, Digga, die muss schmecken. Was bezahlt ihr so für eine geile, gute Pizza, und kommt jetzt nicht mit Tiefkühl-Sachen, das kann man nicht vergleichen.